Leute, wir werden momentan sprichwörtlich von der Hand von Gaun berührt. Zothi quietscht aus, dass sie zittert und schwankt auf ihren Füßen, als ob sie ohnmächtig werden würde. Du bist dir besser sicher bezüglich dessen, was du tust, Eotas. Du bringst die Dinge besser in Ordnung, denn wir sind nämlich auf jeden Fall diejenigen, die die Zeche bezahlen werden. Alles, was ich getan habe, geschah nur um deinen Willen. Und falls wir uns nicht wiedersehen sollten, Edea kümmert die Bitte um den Wächter. Eotas große Hand entfernt sich von der leuchtenden Adrasäule. Als sie sich zurückzieht, siehst du für einen kurzen Moment einen goldenen Faden zwischen der Säule und dem Rücken des großen Titanen aufblitzen. Als Yadra Finger dich sanft umfassen, fühlst du zunächst Wärme, doch dann ein abruptes Aufspann des Bewusstseins. Dein Bewusstseinsschwankt zwischen der physischen Welt und der spirituellen Dimension von Eotas Körper hin und her. Dein Bewusstseinsschwankt von Eotas Körper hin und her. Und den vielen anderen, die mit Eotas gefangen sind. Als seine glänzende Gestalt an ihnen vorbei steht, rufen sie um Hilfe und greifen nach dir. Unter Eotas Körper bricht der Vulkan aus. Geschmolzener Fels strömt über seinen riesigen Adra-Körper, ohne ihn jedoch zu verlangsamen. Die Ratun ein auf höhere Gelegenheit des Terrar können aber der Lava nicht hinkommen, die sie verschlingt, als sie aufsteigt. Deine Aufmerksamkeit richtet sich wieder auf das Herz von Eotas Körper. Tief inmitten der wirbelnden Masse von Seelen fühlst du erneut deine eigene Präsenz, das Fragment, das dir entrissen wurde. Diesmal greifst du dann nach, als es nach dir greift. Ihr trefft euch irgendwo in der großen Adra-Masse, während der Rest der Seelen langsamen Rad eures Bewusstseins verschwindet. Wir sind wieder zusammen. Bist du bereit, wieder zusammen zu sein? Ja, es ist an der Zeit. Bist du sicher, seit wir getrennt wurden, bist du zu jemand anderem geworden? Und ich bin zu mir selbst geworden. Wenn wir uns verbinden, werden wir nicht mehr wir selbst sein. Deine Sinne fahren in deinen Körper zurück, der immer noch in Eotas Hand ist. Da ist Licht, Sonnenlicht. Er ist aus dem Ashkorn-Rachen emporgestiegen, der Rand des großen Vulkans und der große Wachtturm der Ratun stürzt hinter ihm zusammen. Der Adra ist kaum sichtbar durch die dicke Lava, die seinen Körper bedeckte. Und immer noch bewegt er sich. Das Meer ist verschwunden. Das Meer ist verschwunden, das Wasser aufgesaugt. Nur das nackte Meeresbett glitzert von einem unheilvollen Schweigen. Zusammen ist die Stärke, die es braucht, um deinen Kopf zu wenden. Durch die Risse in den riesigen Fingern des Gottes siehst du eine Wand aus Wasser. Größer als Dekataka, größer als Eotas, so groß wie der Mond. Er stürzt heran mit dem Donnern einer gigantischen und schrecklichen Massenflucht. Die Welle prallt auf Eotas. Seine große Hand schließt sich und beschützt dich vor der Vernichtung. Irgendwo in deinem Kopf hörst du Ondra schreien. Du bist wieder zurück in deinem Körper, zurück in dir selbst. Bist du immer noch derselbe Wächter, der die verlorenen Seen des Dürrwalds wieder dem Rad zugeführt hat? Die Sohle beobachtet dich, wartet. Das bin ich und ich hoffe, diese Lese zum Rad zurückzubringen zu können, bevor ich fertig bin. Das bin ich und ich werde alles tun, um diese armen Seelen zu retten, bevor ich fertig bin. Ja, nein. Nehmen wir mal. Gut, dann soll das hier leicht sein. Die Sohle beobachtet dich, wenn du deinem Kopf schreitst, wenn du deinem Kopf schreitst. Du spürst kühle Luft, mehr Wasser aus deinem Hinterkopf, richtet sich deine Aufmerksamkeit zurück auf deinen Körper. Eotas steht inmitten der nun ruhigen Wellen und Kraken hängen unnütz an seinen Gliedern. Während er dein Schiff vorsichtig mit einer Hand absetzt, er öffnet vorsichtig seine andere Hand und setzt seinen Körper auf den Dick ab. Als dein Kopf zur Ruhe kommt, kippt deine Vision nach vorne und wird zurück in die Adra in deine Seele gezogen. Some of us is lost to him. Fragments and the empty spaces between them. Welches von uns ist für ihn verloren? Fragmette und der leere Raum zwischen ihnen. Sie werden immer ein Teil von ihm sein, aber wir sind immer noch wir und es ist fein für uns zu gehen. Zusammen. Zusammen. Nein, du bleibst. Nichts sagen. Ja, zusammen. Die Stähle stürzt auf dich zu und fliegt mit ungeheurer Geschwindigkeit in dich hinein. Du wirst zurück durch den Adra gestoßen, auf Eotas Halbfläche und zurück in deinen Körper. Du kannst es fühlen. Du kannst es fühlen. Du wirst auf den Adra gestoßen, aber du bist nicht vollständig im Kontrollen. Die andere Hand hat die Stähle zu erreichen, um den Körper zu erreichen, aber du wirst zurück. Du wirst zurück, du wirst in eine schmerzende, schmerzende, schmerzende Spanse. Je mehr du dich mit uns, je mehr du bist, je mehr du wirst, bis du wirst, wenn du irgendwie, unmöglichst, Und dieses viele Gerede, ey. Du kannst sie auf deiner Haut spüren, die Erwärme des Adra, aber du hast nicht mehr die vollständige Kontrolle. Die andere Seele kämpft darum, die Oberfläche des körperlichen Bewusstseins zu erreichen, doch du ziehst sie zurück nach unten. Miteinander verflocht, treibt ihr in einer dunklen Endlosigkeit ohne Grenzen dahin. Je mehr ihr gegeneinander kämpft, desto näher kommt ihr euch, bis plötzlich dabei gekommen bist, indem jedes Stück von dir jedes Stück von ihm berührt. Der Volcanic Rock, der jetzt kühlt und geltend stehend, schlägt von seinem Körper, als er bewegt. Die Adra beneath ist immer noch immakulat, unmarkt. Er schaut, als du departen, und du hörst eine Sprache in deinem Geist, als du tief in die Schmerzen schlägst. Durch das ferne Fenster deiner Augen siehst du, wie Iota sich langsam gegen dein Schiff drängt, und wenn seine Berührung noch so sanft ist, ihr meintest es die Berührung eines Gottes. Das Schiff schlingert und gleitet rasenstellbar das Wasser in Richtung Süden. Seine Hand zieht sich aus dem Kielwasser deines Schiffs zurück. Er richtet sich auf und ragt über dir in die Höhe. Von seinem Körper löst sich bei jeder Bewegung vulkanisches Gestein, jetzt abgekühlt. Damit steigt Dampf auf, der Adra darunter ist makellos und unversehrt. Er beobachtet, wie du davon segelst, und in deinem Körper hörst du eine Stimme, während du immer tiefer in der Schmerze des Schlafs versinkst. Berichte ihnen, was du gesehen hast, Wächter. Berichte ihnen, was kommen wird. Die Fenster deiner Augen verschwinden in die Distanz. Die Fragment deiner Seele ist so nahe zu dir in der Dunkelheit, dass du nicht kannst, ob ihre Gedanken separat sind von deinem eigenen. Die Fenster deiner Augen ziehen sich in noch weitere Ferne zurück. Das Fragment deiner Seele ist dir in der Dunkelheit so nahe, dass du nicht bestimmen kannst, ob seine Gedanken von deinen eigenen getrennt sind oder nicht. Euthers ist unterwegs nach Ukaizo? Euthers ist unterwegs nach Ukaizo. Er wird das Rad anhalten? Er wird das Rad anhalten. Euthers ist unterwegs nach Ukaizo? Er wird das Rad anhalten? Die Worte wiederholfen in deinem Gehirn, bis sie werden ein incessant, sinnvolles Mantra. Involuntliche Meditation in der Leidenschaft des Unwesensches. Wenn die Worte endlich verfolgen und werden Teil der Dunkelheit, du siehst ein Pinpoint der Licht. Du hast nicht mehr die andere Mühle. Du hast nicht mehr die Person, die du warst, bevor Aethys dich bemerkt. Du schwebst nach der Licht. Die Worte wiederholen sich in deinem Gedanken, bis zu einer ebenso enden wie bedeutungslosen Mantra werden. Eine Unfreidigung wie eine Meditation in der Leere deines Unbewussten. Als sich die Worte endlich auflösen und zu einem Teil der Dunkelheit werden, siehst du einen stecknagelgroßen Lichtpunkt. Du spürst nicht länger die andere Sehne und du spürst nicht länger die Person, die du warst, bevor Aethys dich berührt hat. Du schwimmst auf das Licht zu. Als du näherst, die Licht wird zwei Blurritte von Gradienz. Du schweigst nach deinen Augen. Du fühlst dich, deine Lippen zu bewegen. Du schweigst dich. Du schweigst dich, du fühlst dich, die Zinn und Sprache. Du schweigst dich in Schock und Alarm. Du schweigst dich über deine Mund. Du schweigst dich, die offen und schweigst dich. Als du näher kommst, verwandelt sich das Licht in zwei verschwommene, strahlende Flecken. Du lässt dich hinter deinen Augen liegen und spürst bereits, wie sich deine Lippen bewegen, wie sie etwas murmeln. Um deinen Körper herum nimmst du vertaute Gerüche und laute Wahrheit und hörst Stimmen von der Furcht alarmiert. Du übernimmst die Kontrolle über deinen Mund und öffnest ihn weit und nimmst einen tiefen Atem zurück. Bitte lass mich speichern. Bitte jetzt nicht irgendein Gelaber von Edea oder irgendwelche anderen dummen Sachen, die noch kommen. Bitte lass mich jetzt erstmal speichern und beenden. Das Hämmer als schlimmer Kopfschmerzen bringt dich beinahe wieder zum Bewusstsein. Deine Sicht verschwimmt und ein saurer Geschmack führt deinen trockenen Mund. Und langsam werden die Einzelheiten des Raums wieder klar sichtbar. Die Worte der Anhaltenden Debatte sind hier noch momentan nur ein fernes Echo. Wollen wir einfach untätig warten? Was ist, wenn der Vivas wieder zum Bewusstsein kommt? Hast du dir etwa einen Spitzenkragen in die Ohren gestopft? Wenn der Wächter recht mit dem, was er gemummelt hat, dann ist irgendwas auf dem Weg nach Ukaizo. Wir müssen etwas unternehmen. In dem kurzen Schweigen, das Eintritt, hörst du, wie Asanui Karu Stiefel über dem Fließboden scharen, als sie nervös hin und her läuft. Er reißt die Macht genau der Götter an sich, die ihn verraten haben und er will das Rad zerstören, um sicher zu gehen, dass sie niemals zurückkehren. Sie schütteln den Kopf und zeigt durch ein grimmiges Lachen ihre Anerkennung für diesen Plan. Es ist ein Stahlstreich und wir müssen die Stärke für die Meilen Ende zusetzen. Die Verdichtung von Kohopa durch Tangaloa ist die größte Prüfung, die die Götter uns aufhören legen, sage ich. Wir müssen leben und die Welt zu verdienen, die sie für uns schaffen. Und Ukaizo stützt das Kind auf die Faust und überlegt. Und ich bin ein Stahlstreich und ich bin ein Stahlstreich.